Hallo und willkommen zu den Video-Tutorials zur Vorlesung Lineare Algebra. Mein Name ist Christoph Adam und in diesem Video werden wir sehen, wie wir mithilfe des gaussischen Algorithmus ein lineares Gleichungssystem lösen können. In diesem Video werden wir anhand eines Beispiels sehen, wie wir ein lineares Gleichungssystem mithilfe des gaussischen Algorithmus lösen können. Hierfür sei folgendes Gleichungssystem in vier Variablen gegeben. Wir nummerieren die einzelnen Gleichungen von römisch 1 bis 4, um die einzelnen Schritte besser nachvollziehen zu können. Die Umformungen, die man auf das Gleichungssystem anwenden kann, ohne dabei die Lösungsmenge zu verändern, sind erstens das Vertauschen von Zeilen, das heißt man könnte zum Beispiel die neue Zeile 1 so wählen, dass sie der alten Zeile 2 entspricht und die neue Zeile 2 so wählen, dass sie der alten Zeile 1 entspricht und zweitens die Addition von Vielfachen von Zeilen. Das heißt, man könnte zum Beispiel die neue Zeile 1 so wählen, dass sie zweimal der alten Zeile 1 minus dreimal der alten Zeile 2 entspricht. Für den gaussischen Algorithmus verwenden wir eine Schreibweise des Gleichungssystems, die etwas kompakter ist, nämlich folgende. Die einzelnen Spalten links des vertikalen Trennstrichs entsprechen den einzelnen Variablen x1 bis x4, die Spalten rechts des vertikalen Trennstrichs entsprechen der Lösungsseite des Gleichungssystems. Die einzelnen Einträge in dieser Tabelle entsprechen den Koeffizienten der Variablen. Im ersten Schritt des Gauss-Algorithmus vertauschen wir die Zeilen so, dass hier eine Zahl ungleich 0 steht. Da hier bereits eine 1 steht, entfällt das Vertauschen. Weiters addieren wir die Zeilen so miteinander, dass hier lauter Nullen entstehen. Wir gehen dabei wie folgt vor. Die neue Zeile 1 entspricht gerade der alten Zeile 1. Um die neue Zeile 2 zu erhalten, nehmen wir die alte Zeile 2 und ziehen davon das Zweifache der alten Zeile 1 ab. Um die neue Zeile 3 zu erhalten, nehmen wir die alte Zeile 3 und ziehen davon einmal die alte Zeile 1 ab und für die neue Zeile 4 nehmen wir die alte Zeile 4 und ziehen einmal die alte Zeile 1 ab. Wir erhalten damit folgendes modifiziertes Gleichungssystem. Im nächsten Schritt des Gauss-Algorithmus vertauschen wir die untersten drei Zeilen so, dass hier eine Zahl ungleich 0 entsteht. Da hier bereits minus 3 steht, entfällt auch hier das Vertauschen. Nun addieren wir die Zeilen so, dass hier lauter Nullen entstehen. Wir gehen dabei wie folgt vor. Um die neue Zeile 1 zu erhalten, nehmen wir die alte Zeile 1. Die neue Zeile 2 ergibt sich aus der alten Zeile 2. Um die neue Zeile 3 zu erhalten, nehmen wir die alte Zeile 3 und ziehen davon vier Drittel der alten Zeile 2 ab. Um die neue Zeile 4 zu erhalten, nehmen wir die alte Zeile 4 und ziehen davon ein Drittel der alten Zeile 2 ab. Wir erhalten damit folgendes Gleichungssystem. Im dritten Schritt des Gauss-Algorithmus vertauschen wir die Zeilen so, dass hier eine Zahl ungleich 0 steht. Auch hier entfällt das Vertauschen, da hier bereits 10 Drittel steht. Und nun addieren wir die Zeilen so, dass hier eine 0 entsteht. Wir gehen dabei wie folgt vor. Zeile 1, 2 und 3 bleiben erhalten. Um die neue Zeile 4 zu erhalten, nehmen wir die alte Zeile 4 und ziehen davon zwei Fünftel der alten Zeile 3 ab. Damit erhalten wir folgendes modifiziertes Gleichungssystem, welches sich nun in der sogenannten Zeilenstufenform befindet. Ein Gleichungssystem, welches sich in Zeilenstufenform befindet, kann man durch rückwärts einsetzen lösen. Aus der untersten Zeile erhalten wir, dass x4 gleich 2 entspricht. Verwenden wir dieses Ergebnis. In der dritten Zeile erhalten wir, dass x3 gleich minus 1 entspricht. Aus der zweiten Zeile erhalten wir, dass x2 gleich 0 entspricht. Und aus der ersten Zeile erhalten wir, dass x1 gleich 1 entspricht. Das Gleichungssystem hat somit eine eindeutige Lösung und die Lösungsmenge lässt sich in dieser Form beschreiben.